Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Gestern das Samsung Galaxy A72, heute das A52 und morgen dann ein komplett anderes Smartphone, das aber nicht weniger interessant ist. Aktuell geht es wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, für mich persönlich ist das A52 tatsächlich das interessanteste dieser drei neuen Geräte aus der A-Reihe. Einfach weil es mit einer UVP von 349 Euro das günstigste ist und trotzdem ein 90Hz OLED-Display, eine Kamera mit ORS-Stereo-Lautsprecher, eine IP67-Zertifizierung und endlich einen vernünftigen Prozessor bietet. Das könnte tatsächlich endlich mal wieder ein richtiger Preis-Leistungs-Kracher von Samsung werden. Ihr seht es ja, ich habe das Gerät jetzt hier. Heute wollen wir es erstmal zusammen auspacken und schauen wie mein erster Eindruck ausfällt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die Verpackung sieht im Prinzip genauso aus wie die des Galaxy A72. Ich glaube, das dürfte niemanden überraschen. Sie ist etwas kleiner. Das A52 an sich ist ja auch etwas kleiner. 349 Euro UVP, das ist dann für die Version mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Es gibt dann in diesem Fall, anders als beim A72, aber auch noch eine Version mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM. Die kostet 409 Euro, also 60 Euro mehr. Finde ich durchaus fair. Vier verschiedene Farben auch hier. Das hier ist Violett. Es gibt dann auch noch Schwarz, Weiß und Blau und alle haben den Zusatz Awesome davor stehen. Aber das hatten wir jetzt die letzten Tage schon oft genug. Wir eröffnen die Verpackung und werfen einen Blick auf den Lieferumfang. Erstmal fangen wir mit dem langweiligsten an, dem Papierzeug. Das ist hier wieder oben in so einem Tray drin. Da haben wir zum einen unser SimiJack Tool und dann dürfte hier exakt das gleiche drin sein wie auch beim A72. So ist es auch. Quick Start Guide und die Warranty Card. Und dann haben wir hier das Smartphone an sich. Das holen wir jetzt gleich mal raus. Schauen wir uns in wenigen Sekunden natürlich noch genauer an. Die Farbe hat was. Dann hier Do not accept if seal is broken. Ja, also das hier ist ein Presse-Sample. Diese Sticker mit dem Do not accept if seal is broken sollten eigentlich natürlich draußen kleben. Habt ihr ja beim A72 schon gesehen. Wie gesagt, dürfte bei euch dann oder sollte bei euch dann so sein. Ja, wir machen es ganz spannend, wobei ich hier schon sehe, wir haben hier anders als beim A72 nur ein USB auf USB-C Kabel. Und das lässt schon vermuten, dass das Netzteil hier nicht ganz so schnell ist. Wobei hier drauf steht, Adaptive Fast Charging, aber nicht Super Fast Charging. Und wie gesagt, es ist ein USB-Netzteil mit einem maximalen Output von 15 Watt. Und das ist dann natürlich doch etwas schade, denn das Smartphone an sich unterstützt theoretisch Fast Charging mit bis zu 25 Watt. Genauso auch wie das A72. Da wird das passende Netzteil mitgeliefert. Hier nicht. War abzusehen. Kann man sich jetzt drüber streiten. Wenn man bedenkt, dass Samsung bei den Flaggschiffen überhaupt kein Netzteil mehr mitliefert, muss man ja schon mit diesem 15 Watt Netzteil zufrieden sein. Aber ich hätte hier natürlich lieber das 25 Watt Netzteil gesehen. Gerade wenn man das mit Xiaomi, mit Redmi, mit Poco, mit Realme und wie sie nicht alle heißen vergleichen, die halt in der Preisklasse oft schon deutlich schnellere Netzteile mitliefern. Ansonsten alles unspektakulär. Kopfhörer sind hier keine mehr dabei. Ich glaube, beim Vorgänger wurden noch welche mitgeliefert. Jetzt eben nicht mehr. Aber euch interessiert ja eh alle in erster Linie das Smartphone. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Das ist das Samsung Galaxy A52 4G. Also nicht die 5G Version. Dafür aber hier noch komplett in Folie. Und aus der möchte ich es jetzt natürlich befreien, wie sich das für so ein Unboxing gehört. Ja, na, dafür schauen wir doch diese Art von Videos an. Und das Interessanteste zumindest, was das Design angeht, auf jeden Fall die Rückseite. Dazu kommen wir dann gleich nochmal, natürlich auch nochmal im Vergleich zum A72. Aber die Farbe, ja, die Farbe ist durchaus was Besonderes. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? 160 x 75 mm, 8,4 mm ist es dünn, wiegt 189 Gramm. Im Vergleich zum Vorgänger fällt auf, dass es etwas schwerer geworden ist und dass es etwas kantiger geworden ist. Gefällt mir prinzipiell. Trägt aber, glaube ich, alles seinen Teil dazu bei, dass das Smartphone etwas unhandlicher sein dürfte. Ihr seht hier den Vergleich zum A72. Das ist auf jeden Fall nochmal größer, auch nochmal etwas schwerer. Das merkt man auch im direkten Vergleich. Aber die Rückseiten auf jeden Fall positiv, weil jetzt eben matt. Ich finde immer, so eine matte Rückseite fasst sich dann in der Hand auch etwas griffiger an. Wir haben hier dafür eben auch ein etwas kleineres Display. 6,5 Zoll. Es ist nach wie vor natürlich ein super AMOLED-Panel. Löst mit 2400 x 1080 auf. Das macht 407 ppi. Und es unterstützt jetzt eben eine Bildwiederholrate von 90 Hz. Wer 120 Hz möchte, der muss zum 5G-Modell greifen. Aber auch diese 90 Hz sind ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Das Display wird unterbrochen von einem kleinen mittig sitzenden Punchhole. Da drin ist wieder eine 32 Megapixel Frontkamera. Die Displayränder, ja, könnten dünner sein, könnten aber auch dicker sein. Für 350 Euro geht das, wie ich finde, absolut in Ordnung. Und natürlich ist auch hier wieder ein optischer In-Display-Fingerabdrucksensor mit dabei. Mal schauen, wie gut oder schlecht er ist. Da gab es ja beim Vorgänger durchaus noch Luft nach oben. Display-Schutzfolie ist keine vorinstalliert. Genauso wie auch beim A72. Der Rahmen besteht auch hier wieder aus Kunststoff in Hochglanzoptik. Fühlt sich jetzt nicht besonders hochwertig an. Auf der linken Seite finden wir gar nichts. Die ist komplett blank gehalten. Auf der Unterseite ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Ein erstes Mikrofon, der USB-C 2.0 Port. Der erste von zwei Lautsprechern. Ich habe es ja im Intro schon erwähnt. Auch das A52 hat Stereo-Lautsprecher. Rechts dann der Power-Button und die laute Leise-Wippe. Und auf der Oberseite haben wir nur noch ein weiteres Mikrofon und einen Hybrid-Slot. In dem könnt ihr entweder zwei Nano-SIM-Karten packen oder eine Nano-SIM und eine Micro SD. Und den 128 oder 256 GB großen Internet-Speicher erweitern. Und wie gesagt, auch dieses Smartphone hier für 350 Euro ist IP67-zertifiziert. Also ganz offiziell gegen das Einbringen von Wasser und Staub geschützt. Kommen wir jetzt endlich ganz offiziell zur Rückseite. Die besteht natürlich auch wieder aus Kunststoff. Der ist jetzt allerdings matt gehalten und ist exakt das gleiche Material wie auch beim A72 unter dem Unboxing. Gestern haben einige von euch gefragt, ob diese Farbe denn anders ist als die vom A5 2017 war es, glaube ich. Weil da hatten wir ja auch so einen Blau. Die ist ganz anders. Also dieses Blau ist deutlich kräftiger, deutlich intensiver, auch etwas dunkler. So einen Violett, glaube ich, hatten wir noch überhaupt nicht. In der Kamera kommt das jetzt etwas heller rüber, als es in echt ist. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ für diese Farbe hier, aber mir gefallen alle Farben echt gut. Also vor allem dieses Blau hier, aber auch dieses Violett ist deutlich schöner als die Farben, die Samsung überwiegend sonst in der Vergangenheit genommen hat. Und auch wenn das Material hier nicht das Hochwertigste ist, ist es ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Weil man hier keine Fingerabdrücke sieht, weil man deutlich weniger Kratzer sehen sollte und weil es sich halt einfach viel besser anfühlt. Also es ist auch so ganz, ganz minimal leicht gummiert. Also das haben sie echt gut hinbekommen. Da muss ich sie auch mal loben, nachdem ich da jetzt zwei Jahre lang rumgeschimpft habe. Aber wie es halt so oft ist, man muss den Leuten nur lang genug schlechte Materialien geben. Dann finden sie schon etwas bessere Materialien wieder deutlich besser. Aber das Spiel kennen wir ja nicht nur von Samsung. Interessant hier dann natürlich die Quad-Kamera. Wir haben hier eine 64 Megapixel Hauptkamera, der gleiche Sensor wie beim A72. Ein optischer Bildstabilisator ist hier jetzt mit dabei. Das sollte eigentlich für eine deutlich bessere Lowlight-Performance sorgen. Dann eine 12 Megapixel-Weitwinkelkamera, die auf dem Papier, also nur was die Sensorgröße angeht, der des A72 sogar überlegen sein sollte. Mal abwarten und dann haben wir hier noch eine 5 Megapixel-Makrolinse und eine 5 Megapixel-Kamera für Tiefenschärfeinfos. Ich wage zu prophezeien, dass das beides keinen allzu großen Mehrwert liefern dürfte. Da habe ich natürlich lieber diese Telesum-Linse vom Galaxy A72. Aber wie gesagt, muss ich alles erstmal noch testen. Ich finde es ganz interessant, wie das Kamera-Layout dann doch hier relativ identisch aussieht. Aber wenn man das dann natürlich vergleicht, sieht man ganz genau, wo die Telesum-Linse ist und wo eben nicht. Soviel also zur Kamera. Ragt auf jeden Fall auch hier aus dem Gehäuse hervor. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie im Alltag stören wird. Denke ich aber nicht. Wir haben hier einen 4500 mAh starken Akku. 500 mAh mehr als beim Vorgänger. Das sollte dann trotz der 90 Hz wieder für richtig gute Akkulaufzeiten sorgen. Wireless-Charging wird nicht unterstützt, aber eben Fast-Charging mit bis zu 25 Watt, wenn ihr ein entsprechendes Netzteil habt. Ich schalte das Smartphone ein und gebe euch die restlichen technischen Daten durch. Die Plattform ist natürlich auch hier Android 11 mit Samsungs One UI in der Version 3.1, denke ich. Als Prozessor. Und das habe ich ja im Intro schon erwähnt. Es ist der Qualcomm Snapdragon 720G. Octa-Call mit maximal 2,3 GHz. Das ist jetzt nicht der stärkste Prozessor auf dem Markt. Aber für ein 350 Euro Smartphone in Ordnung. Die Konkurrenz bietet da teilweise schon mehr. Samsung selbst lustigerweise auch beim A42 5G. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zum Galaxy A51 ist das ein deutliches, deutliches Upgrade. Und das freut mich extrem. Deshalb, wie gesagt, endlich ein vernünftiger Prozessor und dann eben 6 oder 8 GB RAM. Ja, erster Eindruck im Prinzip genauso wie beim A72. Nur, dass dieses Smartphone hier etwas kleiner, etwas leichter ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den Formfaktor hier vom A52 deutlich lieber. Ich glaube, das dürfte jetzt niemanden überraschen. Bin extrem auf die Kamera gespannt, aber auch auf die Akkulaufzeit und vor allem auf die Performance. Denn die war ja beim Vorgänger anders als beim A71 nicht unbedingt so die beste. Werde ich dann alles in den nächsten Tagen ausprobieren. Lasst mich bitte unbedingt unten in den Kommentaren wissen, was euch zu diesem Smartphone hier interessieren würde. Welche Vergleiche? A72 sollte ja klar sein. Aber A52 5G, das bekomme ich jetzt auch sehr, sehr bald. Da würde mich natürlich interessieren, wollt ihr ein gemeinsames Review sehen oder lieber getrennte Reviews? Weil, klar, die Geräte sind sich in vielen Aspekten sehr ähnlich, in manchen aber auch nicht. Also da freue ich mich auf euer Feedback. Werd das dann vermutlich auch genauso machen, wie das die Mehrheit von euch haben möchte. Und generell ansonsten einfach schreiben, was euch interessieren würde, was ihr noch sehen wollt. Ich freue mich auf euer Feedback. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Sagt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.